Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile von Tommy M. Snap Bettsofa. Hier in der Ausführung 140 in Lipstick Red. Ein Sofa, wo gleich auffällt, dass man richtig komfortabel drin sitzt. Genügend Sitzschräge führt dazu, dass ich drin sitze. Sehr angenehm, auch und gerade mit der niedrigen Armlinne, welches die kubisch-klassische Linie betont. Schön gesagt, aber ist so. Das Beste an diesem Teil ist natürlich das, was drin ist. Mit einem Griff habe ich hier ein großes Bett ausgepackt mit Kaltschaummatratze, mit Platz für zwei Lieblingsmögen, 140 auf 2 Meter zum Liegen. Und Kaltschaummatratze in den Hof, die kann geweckt werden. Mit einer Hand, mit sogenannten Einhandtechnik, kann ich das Teil auch wieder zusammenklappen. Fertig ist das Sofa. Komforthöhe, Sie können also auch Ihre Schwiegereltern drauf schlafen lassen. Ein schönes Sofa auf das Wohnzimmer in einer knalligen roten Farbe hier gerade bei profischnapp.de zu erwerben als Einzelschnäppchen. Nachteil ist rot, sonst fällt mir nichts ein. Okay, freut mich, wenn Sie mal nach Impfingen kommen und mich besuchen bei profischnapp.de. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.